Ubisoft in der großen Krise. Ja, wir haben zwar einige Infos über den Launch von Assassin's Creed Codename Red, der jetzt nochmal bestätigt wurde, den Launch von Star Wars, der ist nämlich früher als ich dachte. Allerdings auch einige schlechte neue Infos über Ubisoft, über Kündigungen, über abgesetzte Spiele und so weiter. Wir sprechen darüber, bleibt dafür auf jeden Fall dran. Liebe Leute, herzlich willkommen. Ich bin Fragnath und schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Ja, der Ursprungsgrund, warum ich dieses Video machen wollte, der ist eigentlich ganz unten verborgen. Mit ganz unten meine ich ganz unten im Artikel. Die Quelle ist hier Insider Gaming. Tom Henderson hat was geleakt bzw. recherchiert und auf meiner eigenen Webseite game2see.de habe ich das Ganze nochmal auf Deutsch für euch zusammengefasst und ein bisschen auch bebildert, dass ihr euch auch ein bisschen wieder vorstellen könnt, worum es hier geht. Wenn ihr ins Detail steigen wollt, dann gerne auf Game2see vorbeischauen. Link in jeder Videobeschreibung. Sprechen wir zunächst über die positiven Themen Assassin's Creed Codename Red und Assassin's Creed Star Wars. Nicht Star Wars Creed. Assassin's Creed Codename Red soll laut Tom Henderson also auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 rauskommen. Dazu hatte ich schon ein Video gemacht, da hieß es November und das wird immer wahrscheinlicher. Ja, alle anderen Monate bis auf den August und vielleicht den frühen Dezember halte ich auch für sehr surreal. Für einen Assassin's Creed, ein mega krasses AAA Release. Das wird einfach nicht passieren, dass wir da ja abseits dieser Monate irgendwas haben. Richtig krass. In der ersten Jahreshälfte soll tatsächlich schon Star Wars rauskommen. Also ich denke mal spätestens im Mai. Wann gibt es dann jetzt einen Gameplay Teaser? Finde ich schon ein bisschen knapp. Eigentlich kennt man das ein bisschen früher von Ubisoft an der Stelle, aber gut, ist eine Disney Brand. Auf Avatar kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Richtig krasse Sache. Denn die Verkaufszahlen von Assassin's Creed Mirage, Avatar und auch von Prince of Persia sind so in etwa in Worte gefasst worden. Prince of Persia hat sich wohl 300.000 Mal verkauft, was für ungefähr 15 Millionen Dollar Umsatz sorgt. War auch ein kleines Studio, war auch ein etwas kleineres Projekt. Ich vermute, dass das sogar schon passen könnte. Avatar hingegen seit 2017 in Entwicklung. Sechs Jahre wurde damit gewartet, bis es zu veröffentlichen. Und ja, man muss sagen 1,9 Millionen Spieler geschätzt auf 133 Millionen Dollar Umsatz. Das sind alles Schätzwerte, keine offiziellen Werte. Das klingt gar nicht so viel. Setz man das mal in den Vergleich mit jetzt einem Prince of Persia, was ein Mini-Projekt ist. Das bringt dann 10% davon ein. Nicht die gigantische Marke Avatar im Background. Und zum Vergleich wurde hier dann Division von 2016 mit 330 Millionen Dollar Umsatz und Division 2 mit 260 Millionen Dollar Umsatz herangezogen. Also mehr als doppelt so erfolgreich. Assassin's Creed Mirage hat wohl 5 Millionen verkaufte Exemplare und da wird der Umsatz aktuell auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Ja, stabile Sache. Also vielleicht gibt es bald wieder so kleinere Assassin's Creed mit einem überschaubareren Aufwand für Ubisoft und mit einem richtig schönen Fanservice für uns. Bei Ubisoft selbst stehen große Veränderungen an. So sollen jetzt zum Beispiel bei Ubisoft Material die Leute wieder verpflichtet werden, ins Office zu gehen. Das stellt die wohl vor große Herausforderungen. Grundsätzlich kann ich das echt verstehen, dass so eine Office-Regelung besteht. Finde ich auch teilweise sinnvoll, teilweise nicht. Kommt immer auf die Art der Zusammenarbeit auch an, muss man ehrlicherweise sagen. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen. Jedoch kam das wohl ziemlich spontan und die sollen jetzt zum 2. April auf jeden Fall wieder verpflichtend im Office sein. Mindestens zwei Tage, auf jeden Fall den Dienstag und einen Tag nach Wahl. Game Development ist halt auch teilweise ein recht flexibler Beruf. Wenn du einen Laptop hast, kannst du im Best Case einfach von überall arbeiten. Wir sprechen auch noch ein bisschen über die gescheiterten Projekte von Ubisoft. Zum Beispiel X-Defiant, ein Free-to-Play-Shooter, der von Ubisoft San Francisco entwickelt wurde. Sah nicht gut aus. Skull & Bones, Klassiker. Also seit wann ist das in Entwicklung? Wahrscheinlich seit 2015 oder so. Das ist halt der Inbegriff von Miss-Management. Und hier in dem Artikel schätzt man, dass das Spiel wohl bislang 200 Millionen Dollar gefressen hat. Und Ubisoft selbst davon ausgeht, die nicht einzuspielen. Wir haben eben über Verkaufszahlen gesprochen. Assassin's Creed Mirage, eine der größten Ubisoft-Marken. 260 Millionen oder 250 Millionen. Avatar mit 130 Millionen am Start. Mit so einer großen Marke. Ja, schauen wir mal, was wird. Ich bin gespannt, wie es da bei Skull & Bones aussieht. In jedem Fall muss man sagen, das Marketing-Budget bei Avatar war wahrscheinlich auch sehr viel geringer. Man hat nicht so viel Marketing gesehen. Ich zumindest nicht, vielleicht ihr. Ja, hat Spaß gemacht, war aber auch jetzt nicht krass gut. Richtig crazy zu Skull & Bones. Ein Mitarbeiter hat wohl erzählt, er saß teilweise einfach nur auf der Arbeit rum und hat YouTube-Videos geschaut. Ach, klingt nach einem nicht erfüllenden Job, nach einem sehr langweiligen und unterfordernden Job. Schade. Eine Sache, die Ubisoft auch gerade macht, ist Champions Tactics Grimora Chronicles. Hatte ich null auf dem Schirm. Völlig vergessen. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein NFT-Ding auch immer noch. Und Ubisoft arbeitet da immer noch dran, obwohl das damals halt wirklich peinlich war in Ghost Recon Breakpoint. Ihr erinnert euch vielleicht noch an NFTs in Ghost Recon Breakpoint. Da hat sich viel getan, zumindest wurde das nicht mehr dann verkauft. Das waren diese, ich sag mal, einzigartigen Waffenskins, die du für Echtgeld quasi kaufen konntest. Das gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Zumindest bislang. Dann in Champions Tactics wahrscheinlich dann irgendwann schon. Erinnert ihr euch noch an Ghost Recon Frontline? Einer der Top-Kommentare war irgendwie unter dem Video von Ubisoft, wo das Ganze vorgestellt wurde. Ja, wir wollen einen Oldschool-Taktik-Shooter und ihr hört uns und ihr gebt uns einen Battle-Royale-Multiplayer-Dingsbums-Shooter. Wurde bereits abgesagt. Splinter Cell VR wurde auch abgesagt. Richtig viele Spiele generell wurden bei Ubisoft in letzter Zeit abgesagt. Und ja, die Mitarbeiter, die bangen auch immer noch um ihre Jobs. In der gesamten Spieleindustrie haben in den letzten Jahren 15.000 Leute ihre Jobs verloren. Und alleine jetzt im Januar 2024 waren es 5.600. Man muss natürlich sagen, da gibt es einige Unternehmensumstrukturierungen. Blizzard ist da ganz vorne mit dabei. Microsoft, aber auch Ubisoft ist enorm geschrumpft in den letzten Jahren. Und so eine Umstrukturierung, die merkst du natürlich auch. Und die geht auch nicht spurlos an den Leuten vorbei. Man hat Angst. Da sind ganz viele Existenzen natürlich bedroht. Und das ist kein schönes Thema. Ich setze tatsächlich all meine Hoffnung aktuell hier auf diese Titel. Auch für Ubisoft. Vor allem halt eben Assassin's Creed Codename Red. Was jetzt dann eben kommt in der zweiten Jahreshälfte. Und in der ersten Jahreshälfte jetzt Star Wars Outlaws. Was hoffentlich voll cool wird. Also ich hoffe, dass es viel besser wird als Avatar. Also wirklich viel besser. Dass es ein Far Cry wird. Im Star Wars Stil. Das wäre mein Wunsch. Aber halt in nice. Nicht wie Avatar. Also Avatar ist so mit eines der schlechtesten Far Crys der letzten Jahre. Und es wäre in Ordnung, wenn Star Wars so in die Richtung geht. Ich mag halt Far Cry als brandvoll gerne. Aber in cool. Und das wäre nice. Auch muss ich sagen, dass ich nicht mit so einem großen Erfolg von Assassin's Creed Mirage gerechnet hätte. Also das war schon eine coole Sache für Ubisoft auch. Für die Spielerschaft auch. Viele waren zufrieden. Manche waren enttäuscht. Klar. Vor allem die Leute, die hier sind für große Open-World-Rollenspiele. Die so Brecher-Games mögen. Für die ist dann nicht das Richtige gewesen. Aber das war von vornherein klar. Da hat Ubisoft viel richtig gemacht. Auch in der Vermarktung. Irgendwie von vornherein klar war, genau das kriegst du. Diese kleine Karte. Dieses kleine Game. Und nicht so ein Brecher wie hier zu sehen Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel. Auch ein neues Splinter Cell Spiel erwartet uns ja. Das Ganze wahrscheinlich 2025. Und auch ein neues Ghost Recon Game 2025 oder 2026. Also da ist nochmal viel, was jetzt kommt mit etablierten Marken. Außerdem soll es eine neue Marke geben. Eine zweite Weltkrieg-Setting. Was das jetzt genau für eine Marke ist, weiß man noch nicht. Aber Ubisoft intern bestehen wohl auch schon Befürchtungen, dass auch diese Marke dann schon uninteressant geworden ist, wenn das rauskommen soll in zwei, drei, vier Jahren. Da muss man halt gucken. Ist das noch der Zahn der Zeit? Weltkriegsthemen, ja, die laufen immer. Und man hat auch letztens gesehen, Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg wäre für viele sehr interessantes Setting. Von daher wird das schon ein Thema sein, was grundsätzlich von Interesse und Relevanz immer noch ist. Aber ich glaube, mit Japan, da treffen sie jetzt erstmal den Nagel auf den Kopf. Und da machen sie jetzt richtig viel, richtig hoffentlich. Assassin's Creed Coat in Red soll sehr gut sein aus den Leaks, was so hervorgeht. Die Ideen sollen cool sein. Das wünsche ich mir auch für Star Wars. Und da haben wir jetzt erstmal was, worüber wir uns freuen können, was hoffentlich dann auch natürlich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sichern kann, langfristig. Und dass Ubisoft wieder so ein bisschen zur alter Größe zurückkommt und einfach geile Games macht. Weil, ja, wollen wir ehrlich. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber, ja, ich finde, sie haben in der Vergangenheit schon sehr viel richtig gemacht. In der jungen Vergangenheit sehr viel falsch gemacht. Da kann man auch von sich eigentlich lernen. Nichtsdestotrotz, ich habe es auch schon mal gesagt, Spieleentwicklung ist unglaublich teuer geworden. Also wir haben ja eben gehört, Skull & Bones 200 Millionen. Spider-Man, das neue, hat 300 Millionen gekostet. Und was jetzt Assassin's Creed Mirage gekostet hat, ist hier nicht klar. Aber in dem Fall bin ich mir zum Beispiel sicher, dass das unter 250 Millionen liegt, einfach weil es deutlich kleiner ist. Weil es ein deutlich kleineres Game ist. Und da, ja, jetzt 250 Millionen Dollar Umsatz wahrscheinlich sehr gut sind. Prince of Persia, kleiner Liebhabertitel, aber sehr cool. Muss man ehrlicherweise auch sagen. Das ist mit eins der bestbewertesten Spiele in letzter Zeit überhaupt, übrigens von Ubisoft. Also sehr cooler, kleiner Underdog-Titel eigentlich schon fast. Weil es eben jetzt vom Spielstil her natürlich nicht das beliebteste ist. Weil es halt so ein 2D-Metroidvania-mäßiges Game ist. Aber es ist echt gut. Ja, das war so ein kleines Ubisoft-News-Roundup. AC Mirage erfolgreich. AC Red kommt bald dieses Jahr. Star Wars soll sogar noch näher liegen, als ich jemals mir hätte vorstellen können. Und, ja, wir haben neue Marken, die auf uns zukommen, neue Umstellungen, die für die Mitarbeiter in Aussicht stehen. Und, ja, dann hoffentlich mit Far Cry und so weiter, dem neuen Ghost Recon, ein paar starke Marken, die das Unternehmen gut umsetzt. Das ist der Wunsch hier. Geile Games machen, dann sind wir happy. Und wenn Sie diese geilen Games machen, dann könnt Ihr die auf jeden Fall kaufen auf denneva.com. Oder natürlich mit dem Playstation-Network-Guthaben. 100 Euro Karte gibt es da für 90 Euro oder 91 Euro knapp. Ich habe in diesem Fall hier, die Preise schwanken immer mal. Ja, und aktuell sogar eine Cashback-Aktion. Könnt Ihr gerne mal reinschneiden. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen und unterstützen. Ineva, immer der erste Link in der Videobeschreibung. Da kommt Ihr dann dahin. Und wenn Ihr auf meine eigene Webseite gamedesie wollt, das ist dann etwas weiter unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Euch fürs Dabeisein. Und wünsche Euch noch den besten Tag aller Zeiten. Hier habe ich noch ein weiteres Assassin's Creed Video für Euch. Wahrscheinlich da sprechen wir über Codename Red und die jüngste Vergangenheit an Leaks. Und dort sprechen wir über was anderes. Nämlich ein Video, was Euch vorgeschlagen wird. Vielleicht passt das ja richtig gut zu Euch. Bleibt gerne mit einem Follow da. Dann sehen wir uns nämlich auch im nächsten Video. Bis dann, Euer Kahn. Und natürlich die Glocke, dies, das. Macht's gut. Bis dann! Bis dann!